In einem derzeit unter strenger Sicherheit abgehaltenen Treffen wurde der deutsche Kanzler Olaf Scholz in Istanbul von dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan empfangen. Es gibt noch nicht viele Details für die Medien. Die einzige Klarstellung ist, dass die Gespräche zwischen den beiden Führern sich auf die Ukraine, Einwanderung und die Situation in der Region konzentrieren. Die Politikwissenschaftlerin Hürkan Asli Aksoy sagt, dass unabhängig von den gegensätzlichen Positionen im Konflikt im Nahen Osten gemeinsame Interessen zwischen Ankara und Berlin in vielen anderen Bereichen bestehen. Letztendlich brauchen beide Seiten einander politisch, wirtschaftlich und sozial, fügt sie hinzu. Ein Sprecher der Bundesregierung betonte insbesondere den Konflikt in der Ukraine und erinnerte daran, wie die Türkei eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung von Getreidelieferungen aus der Ukraine auf den Weltmarkt über das Schwarze Meer spielte. Seit Wochen wird über die Schaffung einer internationalen Kontaktgruppe gesprochen, um Wege zu finden, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden. Auch Ankara wird dabei sein. Andererseits hat die deutsche Bundesregierung immer wieder betont, dass die Türkei in die europäische Sanktionspolitik gegen Russland einbezogen werden sollte. Wenn es um Einwanderung geht, wird erwartet, dass Scholz die Frage aufwirft, wie mehr abgelehnte türkische Asylbewerber in die Türkei zurückkehren können. Wenn es um die Herkunftsländer der Asylbewerber geht, belegt die Türkei den dritten Platz nach Syrien und Afghanistan. Ein weiteres Thema wird voraussichtlich der Waffenexport sein. Die Türkei möchte ihre Luftstreitkräfte mit 40 Eurofighter-Kampfflugzeugen modernisieren. Da diese von Deutschland, Spanien, Großbritannien und Italien produziert werden, müssen sich alle vier Länder über ihren Kauf einig werden. Bisher haben nur Spanien und Großbritannien das grüne Licht gegeben.